Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich bin halt so eine typische Trash-Tele-Alte. Sie ist auch dieser Typ, leck mir die Schuhe. Ich kann weitaus mehr, als mich mal ausziehen. Ich habe ja Liebeskugeln mit ins Camp gebracht. Deswegen bin ich die ganze Zeit so halbwegs gut gelaunt. Die Melli ist der Dschungel-Konig. Das wollen wir erstmal noch mal abwarten. Dann soll er nach Hause gehen, diese Pissbirne. Schafft das Wasser jetzt weg, okay? Mensch, jetzt reiß ich endlich mal zusammen. Ey! Hört auf jetzt! Hast du eine Macke oder was? Wie in einem schlechten Horrorfilm irgendwie. Wir wissen doch alle, was wir uns hier eingelassen haben. Das ist pürierte Alus. Was ist das denn hier, Leute? Ein Stern. Mensch. Da! Wer die dicksten Eier... Da-da-da-dam-dam-dam-dam-dam! Es hat die dicksten Eier! Bis zum nächsten Mal.